Sie kennen so schöne Beispiele wie Viagra, aber auch wichtige Produkte wie Penicillin, Erfindungen, die zum Geschäftserfolg wurden, aber aus dem Zufall ein Stück weit stammen. Aber Zufall ist nicht alles und was da noch hinter steckt und wie man sich als Unternehmen auch darauf vorbereiten kann, den Zufall zu nutzen, das steht in diesem Buch. Prof. Dr. Christian Busch lehrt an der New York University und ist selber auch Unternehmer und das spricht für sich, denn das Buch ist sehr praxistauglich, auch eben für uns im Mittelstand oder in anderen Unternehmungen. Denn es zeigt sehr plastisch, wie man Zufall nutzen kann, entdecken kann, diese Momente, naja, richtig zu nutzen lernt und dann aber auch in der Kette natürlich seine Mitarbeiter darauf vorbereitet, wie sie den Zufall entdecken und dann für sich nutzen. Sehr spannendes Buch. Man lernt vor allen Dingen mit, naja, seinen Schwächen umzugehen und sie zu identifizieren, denn oft erkennen wir den Zufall nicht als große Chance, gerade in Deutschland übrigens. Und es hilft sehr, sehr gut dabei, naja, sozusagen offen zu sein im Kopf. Das klingt jetzt so platt, aber er, wie gesagt, ist ein relativ dickes Buch. Da geht er schon deutlich mehr in die Tiefe, als ich das in der Kürze jetzt darstellen kann. Lohnt sich wirklich. Große Stärke des Buches, und das habe ich auch mal im Podcast mit Christian Busch kennengelernt, er nutzt viele Beispiele, gibt sich viel Mühe, Dinge glaubwürdig, aber vor allem auch plastisch zu erklären, sodass man wirklich schnell sie begreift. Trotzdem, es hätten ein paar weniger Seiten sein können. Das sage ich über fast alle meine Artikel auch, dass sie hätten kürzer sein können. Und insofern ist das, glaube ich, keine große Schwäche dieses Buches. Das sage ich über, dass sie hätten, dass sie nicht mehr aus dem, dass sie nicht mehr aus dem Job, sondern auch weiß ich nicht mehr aus dem Bild, das sie nicht mehr aus dem Bild. Vielen Dank.